So was klopfen soll ein anderer Trainer hinstellen, dann kann er mal hinstellen hier. Wieso holen die den Spieler nicht raus? Guck mal auf die Zeit, der macht gleich sowieso Frühfeierabend. Der hat schon gerade zwei Minuten früh abgefiffen. Normalerweise muss der Spieler auch raus jetzt. Muss ihn draußen behandeln. Haben Sie auf das? Hicke, hier dursern, bitte. Ja, ein Tag Pause gehabt, grüß dich, hi! Alles drauf? Das Tor? Ja, ja. Wie steht's denn jetzt? 5, 5 oder 6? 6, 6! 2. oder 1? Los, Inka, 2. Halt, das Tor sauber! 7! Da! Und? Super! Und? Los, los! Ah, Scheiße! Komm, Kaufball, Kaufball! Mach doch Kaufball, ja! Das ist ein Ballett! Komm! Puh! Boah! Mach's nur stellst! Ey! Ja. Ja, das ist nichts passiert. Ja, das ist nichts passiert. Bitte nicht! Boah! ECHTERN Ich hab auch sowas noch nie gesehen. Super! Geh nicht, dann geh nicht! Komm Lukas! Lukas, raus! Raus Lukas! Schrie, raus! Kannst du auch pfeifeln! Schrie, raus! Raus! Komm, komm, schür dich mit der Bühne! Bitte, bitte! Geh nicht auf! Schrie, geh noch weiter zurück! Warum schießen die von den ganzen Zeit irgendwelche? Keine Ahnung. Hey, jetzt stellt euch den Verlöpft nicht hin da. Ilka, du machst jetzt ein Tor. Ich kann. Du machst jetzt ein Tor. Ich kann. Öner geht's. Öner geht's. Ja, der macht gleich noch. Doch zum 1. Wenn jemand den Ball hat, kann man immer. Ja, wenn er den Ball kriegt. Ja. Los Murat, los Murat. Ach, ey. Wenn man so schön am laufen, dann machen sie so einen langen Ball. Und dann weg. Drauf und nicht zurück, ey. Die haben alle Angst vor dem Ball. Es wird eigentlich gerade nicht gezählt, aber der Tor hat noch mal berührt. Los. Weg damit. Los Murat. Schau mal, Lukas. Schau mal, Lukas. Jungs, macht mit. Ihr geht. Mann, ey. Die mussten einfach... Großteil, Ilka. Komm. Die mussten den einfach einmal lang. Komm. Komm, komm. 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 Uh. So ein Tor hat habe ich noch nicht gesehen. Wir sind wieder gut. Komm. Ja, voll. Ja, voll. Ja, voll. Pika, arka girmä da, git öne. Öne git artık. Yürü, yürü.